Herzlich Willkommen euren Freunde zurück zu Jedi Star Wars Fallen Order mit mir den Kamitum oder für Twitch Moritz Granger. Ich mag Moritz Granger mehr, aber ich weiß nicht, wie ich den Namen hier umändern kann. Warte, von da unten sind wir doch gerade gekommen, ne? Stimmt, 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 stimmt. Von da hinten sind wir gekommen, meine ich. Ne. Ist das ein Geheimnis? Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung im Rückzug. Bewegung voraus. Hat geklappt. Er muss einen Fehler machen. Es hat geklappt. Ich fass es nicht. Die sind runtergepuhlen. Hihihihi. Das war mega nice. Das war mega nice. Das Ding hier braucht Strom. Okay. Hier mal hinten gucken. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin, Leute. Abkürzung freigeschaltet. Ah. Ah, hier sind wir bei der Spinne. Okay, okay. Wir gehen wieder rein. Sicher ist sicher. Ist das jetzt der Hauptweg oder? Weil ich dachte, da hinten geht es weiter. Keine Ahnung. Kann ich die eigentlich auch verschieben? Ne. Hätte sein können. Hier kommen doch bestimmt Gegner, oder? Nein? Äh. Da bin ich mir unsicher. Ob das hier so gut ist, was hier gerade ist. Hinter dir! Geh, hinter dir! Besucher sind nicht gestattet. Oh. Boah. Ist aber stark, dass er mich so weit schmeißen kann, ne? Oh. Sicherheits- Wo ihr da... Wo ihr da... Ah. Okay. Weg mit dir. Cool. Haben wir besiegt. Dann nochmal dran. Oh, wir haben ihn befreit. Oh, noch einen. Noch... Noch mehr! Die Wookies. Die Wookies. Die Wookies. Die Wookies. Die sind frei. Oh, der umarmt mich. Süß. Süß. Äh. Oh, Gott. Ich dachte schon, da wären jetzt Gegner oder so. Äh. Danke. Frag mich die ganze Zeit. Warte, wieso kann ich mit ihr reden? Ja, danke schön. Also, wieso hat das Imperium die nicht einfach getötet? Weil jetzt kämpfen die wieder gegen die... Das ist ja was hier. Wah. Was will denn da? Klopps gegen die Wand. Okay. Alles klar. Kann ich mich hier dran festhalten? Ja. Dann ist er gut. Ich finde dieses Outfit nicht so hübsch. Nein. Nicht nach oben. Zur Seite. Danke. Ich gucke. Ich möchte einmal kurz nach hinten gucken. Okay. Das sind auf jeden Fall Gegner. Oh. Hat nicht so geklappt. Wie ich wollte. Ich erledige dich endgültig. Äh. Bist du sicher? Also, noch... Noch würde ich sagen, dass ich hier im Volk habe bin, oder? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich bin hier. Ich würde gerne einzig da hinten. Okay, warte. Ich möchte was probieren. Nee, das geht nicht. Kann er Schumann machen? Wer schießt hier denn? Ich sehe hier keinen Schießer. Ist er hier drin, oder was? Hier. Ja. Mach mal bitte. Ja, mach mal einen Schraubstoß hier rein. Ich müsste eigentlich auch nur drauf. So vielleicht? Oh, nee. Das war nicht so... Ach, warte. Ich kann ja hier... Ich kann ja so hier rüber, oder? Ui. Sie kriegen Verstärkung. Rückzug zu den Zellen. Aber... Ich komme nicht nach da vorne. Ach, hier sind auch noch welche drin. Okay. Ah, da oben können wir noch rein. Boah, da sind viele drin. Ach, hier oben sind die. Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Ja, ja, ich beeil mich. Mach auf! Wir müssen die Wookies retten. Sehr gut. Den machen wir auch noch schnell weg. So, und jetzt können wir uns um dich hier kümmern. Zack, zack, zack. Uh. Ich... 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 Ich habe auch daneben gehauen. Na gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Also da können wir was machen. Ich möchte erstmal den Raum hier einmal kurz begutachten. Ja, machen wir. Okay. Oh Gott. Ich habe mich erschreckt. Mein Handy hat aufgeblinkt. Wie wir einfach alle befreien. Was ist das? Ist so krass, Leute. Ist das so krass. Oh Gott, das ist ein Aufzug. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, geht da tief. Ich wollte ja noch die Kiste haben. Okay, das ist ein Speicherding. Mach mal hier irgendwas. Äh. Leute, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ah doch, hier sind wir. Okay. Wieso sind wir hier wieder? Ich muss ja einen Grund haben. Ich muss ja einen Grund haben. So, was nehmen wir denn jetzt überhaupt mit? Gesundheit. Ich mach es ab. Was haben wir hier noch? Äh, Combo-Verzögerung. Okay. Das ist eigentlich nichts für mich. Erhöhert die Distanz. Ja gut, dann machen wir das. Uh. Das ist echt gut. Wie geht das? Habe ich gerade nicht zugehört. Ich weiß nicht, ob ich speichern soll, Leute. Ich bin gerade... Äh. Ich muss gerade... Überlegen. Okay, wir müssen die Karte mal eben... Eben machen. Okay. Da oben müssen wir hin. Da ist der Aufzug. Also müssen wir da tatsächlich rüber. Okay. Dann müssen wir hier rüber. Speichern wir? Ich glaube, ich speichere doch mal. Sicher ist sicher, oder? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, meine Mutter hat mir gerade was geschrieben. Muss ich aber gleich mal gucken. Ja, ja, komm. Spring schnell. Boah, mit mir ist sau warm. Mir ist gerade richtig warm, Leute. Oh, ich schwitze gerade, glaube ich. Puh. Ist echt warm hier drin. Ach. Nee, es geht nach oben. Es geht nach oben. Okay. Ja. Mann, ey. Oh. Oh, nein. Aua. Ich fliege überhaupt nicht. Ich kämpfe. Was denn für fliehen? Da oben sind auch nur Leute. Verstanden. Ja, 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 ja. Ihr bleibt alle an mir dran. Ja, ja. Feuert die an, ey. War das euer Kommandant, oder wie? Lachhaft. Lachhaft. Geht ran. Wir haben die Feuerkraft für den Rumpf. Bist dabei. Oh, nein. Ich sehe zwar noch kein Leben. Ah, da oben. Aber den, den haben wir jetzt auch. Den müssen wir jetzt auch hier in den Augenblick haben. Ja, haben wir auch. Perfekt. Oh Gott, das war's. Oh, meine Hand erstmal ein bisschen schütteln. Oh Gott, das war's. Alle mal zuhören. War's das wirklich schon? Ich bezweifle, dass... Ich bezweifle, dass... Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache. Für die Sache. Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten ein Jedi gebrauchen. Das wehrt nicht. Aber... Ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja nicht vergessen. Danke. Danke, danke. Oh, ich muss gerade ein bisschen... Ich bin Marie Cosa. Und das ist Commander Joy Beck. Tut mir leid, ich spreche nicht fließen. Joyce sagt, er hilft dir, damit du Tarpul findest und wirst für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Okay, danke schön. Ich musste gerade die ganze Zeit ein bisschen an die Route von Panem denken, als Katniss gesagt hat, wenn wir brennen, werdet ihr auch brennen. Äh... Ja. So, ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer. Ja, 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 ja. Sekunde. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken. So, da kannst du auf jeden Fall was machen. Was kannst du da machen? Ich muss das Ding überladen. Was passiert dann? Ich weiß es nicht. Die machen nur rau, 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 rau. Ja, ich auch. Oder sind wir hier fertig? Sind wir hier fertig? Nee. Wir können doch noch hier rein. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgestattet. Projekt Bora wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Dettograph finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Okay. Okay, okay. Ach, das ist unsere Mantis. Aha, das ist eine Abkürzung. Okay. Warte. Was ist mit hier unten? Ah, aha. Warte, aber... Ich würde eigentlich die Geld bei ihm speichern. Bevor wir da weitergehen. Kurz, kurz speichern. Wo ist denn die Tür da hinten? Nee, ich will nicht mit euch reden. Ah... Ich muss meine Hand weiter schütteln, Leute. Ähm... X ausruhen. Genau. So, dann... Leute, eigentlich würde ich jetzt sagen... Das war's mit dem Paar, eigentlich. Weil... Ich weiß jetzt nicht, wie... Mit den leichten Sprachstörungen, oder? So wie ich. Naja, egal. Äh... Ich bin mir gerade nicht so sicher... Ob wir jetzt hier noch ein neues Gebiet anfangen wollen. Nee, wo ist denn die Kamera? Ich weiß, ich weiß, du willst da hin. Aber hier... Wir... Wir gucken mal. Kurz. Los geht's. Los geht's. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Aber es bringt uns da nichts. Wir kommen da ja trotzdem nicht rüber. Okay. Und bevor die Spinne wiederkommt... Schnell weg hier. Aber ich weiß jetzt, wo wir sind. Und sag mal, bloß nicht, ich komm hier nicht mehr her. Doch. Okay, okay, Leute. Okay. Ja, ja, BD, komm mit. Wir gehen nach Hause. Da ist nicht das Zuhause. Wir müssen jetzt weiter. Weiter, weiter. Aber war schön hier. War schön hier. Ja gut, Leute. Dann... Würde ich sagen. Das war's für heute wieder. Mit Star Wars. Hier die vollen Order. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es... Ich hab überhaupt keine Ahnung, wohin. Aber wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Und wir gehen jetzt nochmal schnell speichern. Und ja, ne? Das war's dann, Leute. Würde ich sagen. Tschüss. Handbewegungen sehen so komisch aus, ne? Naja, egal. Tschüss. ες